So, das ist also der berühmte Nano-Suit, von dem alle reden. Mann, so ein Ding hätte ich auch gern. Klar, Uncle Sam investiert sicher gern ne Milliarde, um deinen Hintern zu retten, Johnson. Wenn ich so'n Anzug hätte, würdest du's Maul nicht so weit aufreißen. Dann würde ich dir die Fresse polieren. Das würde ich gern sehen. Okay, Jungs, wir sind immer im Kampfgebiet. Da unten stehen ne Menge Flugabwehrgeschütze. Ich werde über den Gebiet kreisen und Gegenmaßnahmen abfeuern, bevor wir landen. Die KVA macht uns fertig, Mann. Diese Mistkerle sprengen die Anhöhe in Stücke. Zieh deinen Kopf ein, sonst ist er ab. Warum zum Teufel landen wir dann hier? Ganz einfach, weil Granaten seltener treffen als die Flugabwehr. So, ich fliege jetzt zurück, Jungs. Der Hafen ist immer noch zu heiß. Viel Glück dann raus. Verdammt, hätt ich doch nur so'n Anzug. Schaff uns den Verwurzenden ein, die Maschinen muss sofort stoppen. Runter! 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 Deckung! Artillerie! Runter! Runter! Deckung! Scheiße! Luftangriff 5, also los! Geh' hoch! Gehen Sie zum Aufsichtspunkt, Sir. Lieutenant Bradley erwartet Sie. Golf-Eco, Lasterkoordinaten 9-1-3-4-5-0. Osprey commence. Die Mission ist ein Debakel. Der Fall kennt unsere Position. Stehen unterschiedlich im Artilleriebeschuss aus dem Hafen. Die Lieutenant, Ihre Probleme sind mir schwechlegal. Schalten Sie die Flugabwehr aus und halten Sie die verdammte Straße. Verstanden? Verdammter Mist. Verstanden. Verdammt! Wieder einer B-Dinger! Robert, wir stehen mit den Hütten zur Wand. Die Koreaner haben im Hafen Flugabwehrgeschütze. Unsere Jets kommen nicht ran. Irgendwas stört unser Radar. Wir müssen die Flugabwehr ausschalten, damit unsere Maschinen landen können. Klingt nicht allzu schwierig. Wollen Sie den Job? Sie haben ihn. Ich halte die Stellung. Komme später nach, okay? Runter! Runter! Oh Mann! Die Flugabwehr! Das ist der Fall. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.